In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie auf einfache Art und Weise Ihre vordefinierten Masterlayouts auf Ihrem Layout anwenden. Wir benötigen in unserem Beispiel ein anderes Format des Masterlayouts. Ziehen Sie das gewünschte Masterlayout auf den Unterordner mit Ihren Layouts der Grundrisse. Sie sehen, das Masterlayout hat sich bei allen Layouts in diesem Unterordner angepasst. Das gleiche funktioniert auch umgekehrt. Wir klicken auf den Unterordner der Schnitte und ziehen diesen auf das entsprechende Masterlayout. Auch hier werden alle Layouts im Unterordner automatisch angepasst. Mit diesem einfachen Trick können Sie die Formate Ihrer Layouts schnell und unkompliziert anpassen. Dann können Sie die Formate der Australis jako prayken. Untertitelung des ZDF, 2020